Also wir haben für unser Kammermusikensemble, das ist ein Quindett mit Schlagzeug und Elektrobass, ein geeignetes Stück gesucht, was wir aufführen können mit Symphonieorchester. Da es da leider nichts passendes gab, also zumindest keine Originalliteratur, habe ich mir gedacht, dann schreibe ich halt selbst ein Stück. Und so ist das sogenannte Fischerstück, was im Original eigentlich Brass-Off-Konzert heißt, also Bläser aus. Das sagt im Grunde genommen schon alles. So ist das Stück entstanden. Das Konzert besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist ein 30 Jahre Jazz, der zweite Teil ist eine Liebesballade und der dritte Teil ist ein südamerikanischer Mambo und das würden Sie alles verpassen, würden Sie nicht kommen. Mehr Informationen in der dragonzeit geiert. Bis zum nächsten Mal. hey 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 Bis zum nächsten Mal.